Ja, das ist Wahnsinn. Das ist sehr gut. Ja, die Fans waren super. Und dieses Titel ist nicht zu einfach zu gewinnen. Aber ja, wir sind glücklich. Man sagt ja immer, das ist eigentlich der ehrlichste Titel. Über ein ganzes Jahr hinweg wirst du für deine Leistungen ausgezeichnet. Und das heute wieder mit den Fans hier feiern zu dürfen, ist schon nochmal eine andere Nummer. Zwei Jahre mussten wir uns jetzt künstlich vorstellen, dass alle vorm Fernseher sitzen und jetzt endlich wieder alle da. So muss es sein und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, es ist ein tolles Gefühl. Klar, dafür haben wir hart gearbeitet. Das ist unser Ziel gewesen, diese Meisterschaft zu holen. Und wir haben es jetzt wieder zum zehnten Mal hintereinander gemacht. Das ist etwas sehr Besonderes. Und ja, ich bin happy, jetzt das zweite Mal mit Bayern Meister geworden zu sein. Und so Momenten liebt man einfach. Und man will das immer wieder gefühlen. Und man ist immer hungrig, dass man das wieder erlebt. Und jeder Moment ist so wie neu. Ja, es ist schon geil wieder mit Fans. Wir freuen uns auch heute, auch wenn wir heute nicht gewonnen haben. Aber es ist immer wieder ein besonderes Gefühl. Dass wir dann am Ende da oben stehen und die Schale hochhalten. Und dafür arbeiten wir tagtäglich. Und deswegen wird es nie langweilig, weil es immer schön ist, die beste Mannschaft in Deutschland zu sein. Die beste Mannschaft in Deutschland zu haben. Untertitelung des ZDF, 2020